Rassismus erschüttert Korani Beim Spiel gegen Torpedo Moskau seien dunkelhäutige Spieler von gegnerischen Fans provoziert worden. Das sei zum Verzweifeln, diese dummen Leute bekommen man nicht los, sagte der Dynamo-Moskau-Spieler Kevin Korani der Welt am Sonntag. Seit 2010 spielt Korani in Russland. Robben wehrt sich gegen Schwalben-Image Bei der WM habe er einen Fehler gemacht, jetzt würde er dafür bestraft werden, sagte der Bayern-Spieler bei Sky. Der Niederländer beklagte nach dem Auswärtserfolg in der Domstadt einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff nach einem Foul von Kölns Daniel Halfaar. Völler unzufrieden Bayer Leverkusens Sportchef hat angesichts der langen Verletztenliste bei den Spitzenklubs eine Entzerrung des Spielplans gefordert. Dieser sei zu eng, die Belastung zu hoch. International könne man das nicht ändern, aber in der Bundesliga müsse man so wenige englische Wochen wie möglich spielen, sagt der Völler nach dem 0 zu 0 gegen Freiburg. E-Ball nennt Schmerz Grenze Mönchengladbachs Sportdirektor hat im Volkswagen-Doppelpass auf Sport1 im Transferpoker um Weltmeister Christoph Kramer klargestellt, dass er für den 23-Jährigen keine Unsummen bezahlen möchte. Dass wir ihn gerne behalten wollen, ich glaube, das ist selbstverständlich, dass Leverkusen momentan sagt, wir wollen ihn auf jeden Fall zurückhaben, ist auch klar. Aber Christ hat es ja auch gesagt, er möchte auch mitreden, was passiert. Er hat Verträge oder einen Vertrag dann über den Sommer in Leverkusen hinaus. Und wir werden uns versuchen, mit Leverkusen im Winter, spätestens im Frühjahr hinzusetzen, eine Lösung zu finden, die für uns machbar ist, die für Leverkusen zu akzeptieren ist. Wo Christ natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Und sollte das funktionieren, wollen wir ihn mit allen Mitteln halten. Mit allen Mitteln heißt nicht 15 Millionen, was ich gelesen habe, sondern was einfach für uns machbar ist. Kramer ist bis Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen und hat bei der Werkself einen Vertrag bis 2017.